Ich ziehe ganz tief den Hut vor Sir Patrick Stewart und ich muss sagen, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Er wollte wissen, wo ich ihn überall gesprochen habe. Als ich sagte, The Line in Winter, was großes Theater ist, da war er also hoch erstaunt, dass ich ihn da aufgesprochen habe. Und so haben wir uns kennengelernt und ich bin dankbar, diesem Mann, den ich so verehre, gegenüberstehen zu dürfen und sogar mit ihm reden zu können. Liebe Leute, hat der Ansichten. Ach, ich könnte ihn dafür umarmen. Er hat gesagt zum Beispiel, er schämt sich dafür, ein Engländer zu sein wegen des Brexit. Ach, ich könnte ihn also wirklich drücken dafür. Ein ganz toller Mann, der hat nicht nur den PK gespielt, er denkt auch im privaten Leben ein wenig so, tolerant und ja, großartiger Mensch. Aber ich könnte ihn noch nie ausdrücken. Ich würde ihn noch nicht verschenken. Vielen Dank.